Die Hawaii-Connection, der Name der Tod und Verderben brennt. Steve Bond ist Geheimagent Travis Eberlin, der gerufen wird, wenn es sich um die explosivsten Aufträge handelt. Er jagt den mächtigsten Syndikatsboss der Welt, in den Casinos, auf den Highways, am Strand, in den Sümpfen. In internationalen Metropolen und in verträumten Ferienorten. Die Spur ist heiß und alle um ihn herum erleben es hautnah. Doch hinter dem süßen Leben steckt knallharte Arbeit. Travis Eberlin schlägt zu. Travis Eberlin jagt die Hawaii-Connection.